Seh 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 Kannst gleich eine Bequest annehmen Ich glaube ich würde ein bisschen Können wir schon eine Magazin für größere und das Mod herstellen? Das kann ich dir nicht beantworten. Also ich kann es nicht... ...müsste bei dir mal im Crafting einfach Mod eingeben. Dann würde ich vielleicht die Mod nehmen. Mod... Warte... Hast du einen in deiner Pistole? Hast du einen in deiner Pistole? Hast du Magazinerweiterung? Ja. Achso, dann nehme ich sie nicht. Ich habe auch schon einen, habe ich gerade gesehen. Dann nehme ich Muni. Ah, Belohnung! Äh... Schmiede, wir haben eine Schmiede. Äh... Munition Fertigungspaket oder Dukes? Äh, äh... Ah, ne, was? Muni... Munitionspaket oder? So... Gut, jetzt hat er irgendwelche besonderen Aufträge. Wir waren echt noch bei keinem anderen Händler. Nein. Krass. Ja, dann... Können wir das ja mal machen. Why not? Jetzt müssen wir vorher ausladen fahren. Ausladen. Vollgepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen. Yeah. Wir... Wir werden jetzt Qualität 4 erstellen bei den Einrüsten. Qualität 4? Das ist geil. Das ist wirklich gut. Das ist der Strom. Das ist der Strom. Ah, ich habe wirklich das Zeug zu verkaufen. Was ich verkaufen hätte können. Gut. Dann komm ich sie unten in die Kiste. Ähm, das, das... Und das Mars, genau. Okay. Bye, 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 bye. Hast du dir so eine Quest angenommen? Nö, ich dachte, du machst das. Achso. Ja, okay, ich mach. Dedeedeede. Äh, hier ist noch ein Eisenpfeil von dir. Den habe ich aufgenommen. Und wieder 5 Eier. Das ist gut. Okay, Munitionskiste war klein und süß. Aber wenigstens etwas. Dann hole ich fix eine. Ich bin gespannt, ob es dann noch ein Reck gibt. Oder ob er uns in ein anderes Biom schickt. Bin ich echt gespannt. Oh. Oh. das riecht nach dem neuen biome wir müssen zu trennen ich würde vorher mal kurz auf toilette alles wieder da ja muss ich separat annehmen wir lassen wir wieder eine besondere quest ist könnte sein wie mit den komischen mit der ersten quest ging ja da auch nicht ja könnte sein naja solange da auch zu jen muss ist ja alles gut ich muss zu paul nein nein bitte nicht ich weiß nicht wer paul ist wenn er wird doch immer die selbe reinfolge sein oder nicht er verlässt mich für einen anderen mann denk schon ich wusste nicht des tages kommt der dran ich muss du jen perfekt darf ich kann ich irgendwas kaufen bauplan roboter drohne der kann ja nur stufe 3 wovon ähm äh sag schon äh rüstung er verkauft nur stufe 1 2 3 naja selbst wenn ich jetzt krasser rüstung hätte könnten wir sonst eh nicht leisten mhm warum wie viele also ich hab ich hab 4.000 4.000 jetons oder könnte ich aber weißt du nicht was da einmal 5er oder 6er rüstung kostet hm ich glaube nicht wissen naja ja ja aber 5er oder 6er rüstung ich sag mal die könnte ich auch kann ich ja irgendwann mal herstellen war klar ja 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 so ich hab nochmal 2 nähsets gekauft richtig und richtig die waren die immer mitnehmen nähsets sind geil hm 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 mm hm 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 wir wollen wir die nacht schillig durchradeln dann sind wir da essen genug dabei trinken habe ich aber trinken könnte noch ein bisschen mehr sein trinken und essen habe ich noch mal ein verband mit wirst noch mal eine schiene oder so kann nicht schaden auch immer eine dabei nach norden schöne kleine rathen das habe ich nicht gesehen das ist auch nur zwei kilometer weit ist das jetzt auch nicht und mit dem fahrrad ist das schon eine kleine ecke so gibt es eine straße die da hinführt nicht so richtig naja machen wir kräfte rein action können wir eier suchen ist gut beziehungsweise mitnehmen das ist sehr sehr gut auf der radtour eier sammeln wir müssen über den berg die sapi ist auch auf dem weg die sapi ist nur 100 meter von mir entfernt oh nice nein du blöder zombie oh da war ein ring oh man wenn der zu mir nicht gewesen wäre oh es ist noch da du musst doch gar nicht dass hier eine sapi untergegangen ist gab es ein schönes geil ich habe gleich scheiter drei rüstungsbücher hier ist ein bombstumpf gut ok und kein honig kein honig immer diese mogel packen wo ist das fahrrad wo ist das fahrrad wo ist das fahrrad zugelassen ja hier ist auch ein bombstumpf wo ist das fahrrad wie ist das fahrrad wo ist das fahrrad ah ok dann fährst du da außen rum ja ich folge dir machen wir so oh ahja nur federn ich hasse die 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 eier wären so schön auch militärbasis nicht dass ich über eine mine fahr jetzt hehehe boff da wollte man nur mal hingucken bum oh zwei fogienester oder zack acht ungefähr hier 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 wo hier hier Micha ja ja Los, weg hier. Jetzt in Ruhe, in ganz in Ruhe will sie ihr Eier sammeln und dann kriegst du eine auf den Dates. Von unserem blöden Mann. Oh, Fleisch. Da kommt eine Supply runter. Genau bei dir, oder was? Jo. 180 Meter vor mir. Ach du Scheiße, da ist so ein Wolf. Oh, bloß weg hier. Nein, lass mich nicht mehr. Okay, ich wage erstmal abzusteigen. Und auf die Supply zu warten. Bin Stoß. Oh, gut, das Supply. Gut, das Supply. Nahkampfmod-Paket mit Zeitschriften. Oh, das ist geil. Munition hätte noch ein bisschen sein können. Ich habe zu Hause 9 Millimeter angesetzt. Oh, ist doch gut. Dürfte durchgelaufen sein, wenn wir... ...weil wir es nach Hause schaffen. ...auch noch Federn. Ja, ist schon echt oft, dass da nur Federn in den Nessel müssen. die radio station nächtliches radel hier sind die radler in der nacht wie ich gerade zweieinhalb 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 kommt man da ins in die wastelands eigentlich ist es schön im verbrennen zwei kleber wichtig und richtig ich bin da nochmal zwei kleber hochkönige bleib doch mal stehen okay es wird heute einfach nicht mehr zu entdecken ja gut ja es wird heute nicht mehr geht doch gesunde wölfe gleich 12 ja ja ich habe kurz an Fahrt geschwungen bis sie den Zombies ausweichen und und es wird so gut gehen wenn wir nach hause kommen läuft mit fleisch und eiern mega geil mega geil ist das ein Vogel? ist das ein Vogel? ist das ein Flugzeug? nein es ist Superichiii Junge, habe ich ja ewig nicht gehört. Super-Ritchie. Briefkasten. Schrotflinten soll ursachen 10% mehr Schaden. Ich spiele mal ein bisschen Klavier. Das perfekte Buch für mich. Oh, ich bin da. Ja, voll in... Oh, was gibt's denn? Fertigkeitspaket, gebackener Kartoffeln, Schmerzmitte, Kohle? Kohle? Oh, hier sind so viele Briefkasten. Wie viele Bücher liefen da? Scheiße. Ah, hier. Verbessert die Handwerksfähigkeit an der Arbeitsstation. Arbeitsstation. Das mal liest du doch. Oh, yo. Auf jeden, ey. Das sind's noch zum Verkauf. Auf jeden Fall. Antibiotika können wir hier kaufen. Eine. Toll. Wow. Wasser kannst du hier auch kaufen. Oh, Boom. Armbustteile, fünf Stück. Eigentlich viel zu teuer. Boah. Du kannst hier fünf Toiletten kaufen. Geil. Klos, Alter. Na ja, gut. Wir haben noch keinen Sinn. so. Die ist ja richtig freundlich. Ja, Mann. Jen ist nice. So, fertig gelootet. Ach, hier ist auch das Pissoff. Guck an. Oh, zwei Eier. Eben. Gel. Ich hab's auch geschafft. Besser spät als nie. Vielleicht überlootet. Richtig so. Ich bin... Don't spend it all in one place. But if you do, just make sure it's here. Ah, komm. Zeitschriften-Paket. Cool. Upsa. Schatzkarte. Oh, der lebt noch. Oh, der lebt noch. Ne. Oh, was haben wir denn zum Verkaufen? Das war's. Okay. Verscherbeln hier mal ein paar Bücher. Nein, ich dachte nicht, dass du es in dir hattest. Guten Job! Welche Bedrohung hast du ausgelöscht? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich gerade mit Zombie-Kills irgendeine Quest gemacht. Weiß auch nicht. Hm. 9mm-Money brauche ich nicht nehmen, haben wir zuhause aufgesetzt. Eisenpfeile können wir selber machen, Robotikgeschütz. Äh... In der Blutmode-Nacht machst du ja mit Maschinengewehr, ne? Ja. 7, 6, 2 haben wir bestimmt nicht so viel, ne? Hm, ich habe 35 Stück. Okay. Gut. Only real Meds here. Okay. I hope you come back and see me sometime. Äh... He. Klumpst du das ja runter. Das so ist. Ja, bevor du mich hier anfließt, will ich mein Fahrrad hier gerade befülle mit Sachen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich habe hier Bücher für dich. Beziehungsweise Hefte. Ich auch für dich. Ich auch für dich. Ich auch für dich. Jöp. 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 Cool. Hat sich doch gelohnt. Schönes Ding. Wollen wir nicht gleich hier ne Quest machen? Ungern eigentlich. Nein? Okay. Aber wir können von mir aus schnell wieder auf den ganz schnellen langen Finger angelehnt. Die Belohnung aus dem Pisser vorhin. Wow. Jetzt hätte ich gesagt, dann geben wir eine schnelle Quest hier gemacht und dann wären wir zurückgefahren. Weiß nicht wie belohnt das ist. Die Händlerbelohnungen sind ja nicht mehr so krass. Okay. Ich glaube, das ist geiler, wenn wir da bei uns weiterkommen mit den Quest. Geht einfach nur hier ne Belohnung. Ohohoho, hat's den zerlegt. Okay. Oh. Huhn. 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 Hm. Hm. Okay. Hm. Oh. Oh, let's just do this. Eh. Ooh. Häääääh! Häääh! Halbi! Was den Scheiß? Hilfe! Huuuhh! Oh, das ist noch einer. Jolle. Oh, halbisch. Oh. Oh. Der Arme. Oh, trinket. Yeah, yeah, yeah. Hier ist noch ein Kochbuch. Ah, nice. Oh, ich hätte noch zwei Stück weg. Okay. Und hier hast du ein Bistungsbuch. Die gibt's die Cent am Meer. Ja, wenn man da ein bisschen was rein skilt, dann kriegt man die echt gut, ne? Nein. Ich kann jetzt schon... Ich hab 66 Punkte. Ab 80 kann ich Stufe... Ab 80 kann ich bis zu Stufe 5 machen. Geil. Okay, das war's. Okay, Heimweg oder was? Ja, würde ich sagen, ne? Okay. Da in die Richtung. Da in die Steine mit. Wunderbar. Stopp! Stopp! Schild. Alles zerstört. Keine menschliche Seele. Und du... Du hältst bei Stopp! Schild an. Tja, aber weil's keine Menschen mehr gibt, heißt ja nicht, dass man sich nicht mehr menschlich benehmen kann. Keine Regel auf der Welt, ne? Ja. Man kann ja im Herzen trotzdem Mensch bleiben. Was seid ihr denn für zwei? Guck mal her. Was ist ein oranger Kopf, Böse? Bitte? Also einfach nur ein halber... So eine orange... Wenn der Kopf orange ist. Hm... Ja, im verbrannten Wald hast du da zum Beispiel. Also eigentlich heißt das nur, wie hart das Biom ist. So, und die Stärke vom Biom kommt dann nochmal auf die Gebäude oben drauf. Ach so. Also wenn ein Gebäude zwei hat, dann ist es halt zweieinhalb schwer. Ist dann halt umso wahrscheinlicher, dass ähm... keine Ahnung, dass du grüne hast oder gelbe Augen oder... Ach so. Oh! Oh, warum denn hinter uns? Das ist doch kacke. Fahr ich jetzt nochmal zurück? Der hat gerade hinter uns eine Supply abgeworfen. Wie weit hinter uns? Wie weit hinter uns? Haut da rein, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns wieder an der Supply, wenn nichts passiert. Haut da rein, Leute! Bis zur nächsten Folge. Ciao, 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 ciao! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.